So, wir haben es von der Verpackung befreit und öffnen es mit dem Inhalt. Die Free Order Box kostet 10 Euro und beinhaltet ein Gearsofor T-Shirt und eine Trailer-CD von Gearsofor. Angeblich exklusives Trailer-Material, aber ich denke, das ist wahrscheinlich sowieso schon alles auf YouTube. So, dann lasst ich jetzt mal auf. T-Shirt-Größe ist Standard in L. So, sieht das T-Shirt von vorne aus und auf der Rückseite steht drauf Xbox 360 und Gearsofor 3. Und das ist die Free Order Box von Gearsofor 3 für 10 Euro beim Media Markt.